Ich habe noch meinen Doctag hier liegen. Ich habe es angehangen. Hängt am heiligen Städte der ewigen Wahrheiten. Bei mir hängt es im heiligen Schrank der ewigen Nicht-Wahrheiten. Verdammt. Der ewigen Verjüngung. Der ewigen Jungfrau. Let's go. Wenn ich irgendwann mal so ein krasses Hexen-Gitur einmache, kann ich mein eigenes Dut nehmen. Okay. Man kann sich auch bei Gott von einen Sünden freisprechen. Das zählt auch. Habe ich bei Supernatural gelandet. Das ist aber keine richtige Jungfrau. Oh ne. Das war nicht flugend. Einer ist im Brathaus. Ja, und einer war am... Einer Scheune. Hat uns auch noch rumgeflogen da. Boah, One-Sort, alter. Er ist nur noch Scheune. Nein, Rathaus. Äh. Nein, ich konnte mich... Ich... Ja, ich habe verkackt ein bisschen. Einer war Scheune noch, zwei übrig. Oh nein. Ich bin Bom-Bom. Hätte ich noch bekommen, Scheune, Mann. Okay, Leute. Fokus. Jo. Ich habe alle drei Hits getroffen, obwohl er, äh, nicht mal richtig drauf war vorher. Ne. Ah, alles klar. Das ist die Logik. Das ist Black Ops. Fui. Ja, Abwee war viel schlimmer, ey. Ja, Abwee war richtig kacke. Hast du 180 Grad daneben geschossen? Oh, Headshot. An sich ist jedes... Jedes hier und ich scheiße. Hä? Nur das immer letzte. Was gestandet? Ja! Mit der V&P, Alter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Rathaus drinne, oder wo ist der letzte? Mit der war ein Sniper, ne? Ja, der war doch... Alter, der hat nicht die Quickscope. Ich glaube, ich habe da ab sofort nur noch eine Samtex hin. Machen wir extra eine Klasse dafür. Holste Erklärung, ey, zu mir. Oh, der weiß jetzt bestimmt, wo das war. Ja, du bist da oben viel zu offen auch. Vor allem gegen einen guten Striper. Ja, das ist jetzt das. Ja, wie hätte das einfacher spielen können. Äh, Mann. Ja, aber... Ich kann mich da nicht konzentrieren, wenn ihr Rutschler seid, ey. Niemals auf dem Berg. Mann, hört doch mal auf jetzt hier. Das ist schon wieder der Fokus unter 18 Millionen, ey. Ja, aber trotzdem, niemals auf dem Berg. Wenn du auf dem Berg bist und du Richtung Green guckst, dann bist du echt gut. Ja, das schon, aber du bist halt ziemlich offen. Bei dem Kugelwon kann dich keiner upsafe. Ah, den hätte ich haben müssen. Jetzt ist aber Gast, Mann. Oh, fuck. Hab da was gestunt. Ich, was? Um, Berg, um, Berg, um, Berg. Da sind noch zwei. Eine Berg, top noch. Oh, komm. Da ist weg drin. Da ist Green hinten. Nach zwei, ne? Rechts neben dir. Und links. Okay. Der andere war mit dem Panzer. Also, Jungs, ich krieg nichts gedroppt, ne? Also, ich bin übel schnell weg. Ich kann nichts machen gegen die, sorry. Ich bin schlecht, wir haben uns jetzt mal ein bisschen versuchen, anzustrengen. Ja, ein bisschen Gas gehen jetzt. Los. Soll ich denn vorgehen? Du machst Werk hinten. Kann ich machen, ja. Weil, ich weiß nicht, ich schieße als erstes und die noppen mich halt weg, ne? Das verstehe ich nicht so. Dann müssen wir euch die Runden holen. Sniper wieder. Ach, die Schicksal, Alter. Einfach der Missletzter. Der regt mich auf, der Tür. Ich hab Green. Du gerade aus. Ah, der kann nicht komplett durch, oder? Äh, doch. Wenn der auf A durch ist, schon. A durch kann er. Ah, ja. Das ist dann safe hier, Alter. Lass doch zusammenbleiben, wir haben doch B, denn. Der ist ganz hinten, der kann gut snipen, Klero, pass auf. Bin weg. Ach, klar. Ich guck jetzt, diese Steine. Die Bombe ist bei uns hier, ne? Alles cool. Ich guck oben hin. Äh, nee, oben kann der nicht hinkommen, ne? Ja, oben kann er nicht hinkommen. Guck nach hinten, Digge. Er kommt da. Alter. Alter. Du hast nur den hinten geguckt. Hinsen war aber Quatsch. Wie soll der denn von hinten kommen? Ja, wenn der einmal umläuft. Also, viel Zeit hat der ja nicht. Ja, aber auf dem Berg war ja Quatsch. Da war ja keiner. Ja, okay, das war klar. Ja, da hab ich ja noch. Da hab ich nach hinten auch noch. Egal. Man, der regt mich auch mit seiner Sniper, Alter. Der kann das auch noch. Da, der mich gedroppt hat, ne? Vorhin an dem Stein. Der war gestunt. Und haut mich irgendwie weg, obwohl ich das, äh, first shot hab. Also, Argo, los. Mach auf den Sniper auf. Strange. Man, Ratsch aus zwei. Geht da nicht rein jetzt. Mein Ding. Der hat einen Afterburner, ne? Einen hab ich. Einer war noch wach raus. Bitte, ist offen. Säune, Säune, Säune. Halt ihn hin. Ich hab jetzt wieder raus. Ich hab'n Auto, ich zünd's. Mach, Scheude klar. Ich guck nach hinten, Mitte. Einer ist im Rathaus. Ah, hat mein Auto. Der ist unten, rund. Ötch, lasst euch nicht toppen, lasst euch nicht toppen. Kann der Dings reinkommen? Broken? Letzter. Unsere Runde. Der hat grad einen von Broken. Hier bei mir. So, ein Eis. So, jetzt guck ich mal, wie ich den Zweifel ausdenke. Der, 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 ich wollte ja grad nicht wirklich sterben, Alter. Der wollte dich gar nicht sehen. Gas, 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 Gas. Einfach so weit, als wenn sie grad spielen. Also ich geh wieder vor den Anteaks, ja? Ja, ja, mach das ruhig so. Ich hab noch Zombies, ich setz den Zombies ein. Da kam, wieder Watt. Einer ist Kleinstein. Auf dem zweiten Berg hab ich einen. Einer war deren Top. Ja, die war doch zu rauf, wie cool. Einer Kleinstein noch. Habe ich Bombe hinten green gedroppt. Letzter war deren, ähm, Haus. Mit Sniper, pass auf. Ich hab Lightning. Nice. Zwingt irgendwo. Wuppwupp. Stark. War gut, dass wir die Poses da getauscht haben. Und Fullstreak, oder was? Ich glaub schon, ja. Wenn du Lightning hast und dann noch einen Kill gemacht hast, musst du Olds haben. Ja, ich glaub, ich hab Pull jetzt, ja. Bego. Wir machen langsam Bego, ja, ich zünd meinen Scheißer da. Ja, gut. Dann challenge ich in der Mitte gar nicht. Ja, ich geh, hol nicht die Bombe. Simi. Stünd jetzt. Boah. Alter, ich bin One-Shot. 2 auf B. Beide angebildet nur. Eine Berg top noch. Das gibt's doch gar nicht. Boah, eine Rathaus drin. Fuck. Ich krieg den Berg nicht, Alter. Ich kann grad überhaupt nicht schneiden. Eine kommt Mitte und zwei sind bei uns rechts D. Rathaus drin sind zwei. Rathaus drin sind zwei. Ich muss die Poses in den Militets. Komm, ich schwenke mich. Ah, jetzt kommt das. Oh, Mann. Die Bombe liegt da hinten, ne? Ich muss picken. Ja, das ist doch scheiße gewesen, Alter. Beide noch. 18 Sekunden. Ja, gerade in dem Moment, das ist das, das war ich grad vor. So, wieder ein Comeback jetzt. Ja, lass sie jetzt bitte wegschnitzeln, Alter. Pass auf, dass sie nicht auf A gehen, dann, ja? Ich versuch's. Was ist denn genug zu tun mit dem Sniper? Ja, ich weiß. Mittel ist kacke. B kam noch nichts. Jetzt B, was? Ähm, Mitte, 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 Mitte. Ja, zwei Stück haben mich so gepostet. Ja, ich spus. Rathaus drin, Rathaus drin, Rathaus drin. Bin weak, ich brauch Hilfe, Alter. Einer geht über, einer A, einer A. Ich glaub, sie schiebt ein A. Beim Ratten rollen. Bin weak. Zurückbogen, ganz weg. An. Klar. Ago. Kein Bock, schon wieder Infektion zu verlieren, Alter. Ja. Was soll ich machen, damit die drei Leute gegen mich? Gegen mich soll ich nichts machen, naja. Achso, Ago, komm. Auf geht's. Geh nicht ins Radius. Brauchst du auch nicht rein? Ja, wollte ich grad sagen. Warte, dann geh ich. Wenn er zwei drin ist. Blocken! Ich soll gar nicht rein gehen. Oh, hä, jetzt back up, dann? Ja, oh. Fuck man! Ich will, bitte, bitte, bitte. Einer hier vor! Oh, man. Die kommt rein, hier. Ich hab's sehen. Wo bist du? Hier in der Ecke. Bei. komm mit durch die mitte gehen auf A das ist der das leute entdecks gehen wir mitte mit handelt euch das mal aus ja auch ich weiß nicht scheuen oder oder ich über die scheuen in der mitte kann ich auch machen mache ich das letzteres muss nur auf den sniper aufpassen ich habe das auto könnte A sein am tank immer noch am tank ich habe mittel mit ich habe mittel mit 4 gegen 2 macht ruhig 1 war sicher mit A ja muss b klappt nicht wir haben b noch gar nicht hingekriegt ja gut also auch knifflig da also ich bin besser ich habe O ja okay sagt das doch vorher müssen noch wahr gehen Ich mach wieder Rathos, ne? Ja, aber geh nur Stairs. Ja, ja. Oh, wir verteidigen? Machen wir wie eben, würd ich sagen. Ja, weiß ich nicht, wie viel er teilen kann denn dann wieder. Komm bei uns, ja. Hast du noch Streaks? Anni, du hast alles weggemacht, ja? Das wird verbraten. Auto. Toll? Was macht denn mein Trophy? Auto, komm bitte, Auto, komm bitte. Auto ist down. Hier, muss einer mal... Nein! Ja, was? Der andere hat es überlebt. So ein Scheiß, Alter. Wo ist da hin? Der war hinterm Brunnen gerade, könnte es der sein. Oder back. Sind zwei noch, ne? Die sind beide auf B. Oh ja. Oh ja. Einer noch, einer noch. Da war er. Da war er. Dass er mich gesehen hat. Kann sein. Oh, ein Glück, Alter. Ja, voll, Alter. Boah. 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 War das Fail. Boah. Gut, dass er runtergefallen ist. Ja. Werden sie sich aufregen, deswegen. Mein Scheiß, Trophy hat die Nähe nicht geblieben. Er hätte auch mit dem Auto sterben sollen, der Typ, ey. Ja. Hast dich doch selbst gekillt dann, ne? Ja. Ja, der ist auf Kleros Körper gegangen, als er das Auto da gesehen hat. Boah. Alter, was war das? Wie der Eingek runterfällt. Wie kann man denn so was mit so'n Risk eingehen in der letzten Runde 2 gegen 1? Ja, das war ein Fail, dann weiß ich nicht, hatten wir auch schon mal hier einen Boot. Boah. Wuh. Alter. Danke. Kleero, nice, man. Nice. Dankeschön. Ja, Boys. War nicht so meine Map. Jetzt geht's weiter. 2.000 Punkte hatte ich glaube ich noch nie, ey. Das ist doch ne ganze Menge, ne? Wenn die Gegner so nah dran sind, treff ich die nicht. Sind die Meilen weit weg, treff ich die mit der Sniper, alter. Versteh ich auch nicht. Ich treff auf Range nicht mit Sniper. Und du treffst sowieso nur Dragshots, keine Hardscopes. Hardscopen kann ich nicht. Der muss sich lieber bewegen, ich treff ihn nicht. Dragshots. Kenne ich aber zu gut, alter. Dragshots. 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 Ja. Go jetzt hier. Lass sie platt machen. Protekt die Objectives. Schönen Fokus, Jungs. Let's go. Ellie, einer, Ellie down, einer war noch Bunker. Oh, noch, oh. Alter, wie schnell waren die denn hier? Loll, alter, was ist das denn? Oh, einer Bunker, einer B, die sind drauf aufm Spot. Oh, Fenster! Nein! Och, Kacke! Charges set. Das ist doch lächerlich, alter. Alter, als ich bei der Bombe war, kam der schon vom Wasser und von oben. Die waren richtig schnell da, alter. Ja, die haben alle Afterburner. Ja, die haben alle Afterburner. Ja, die haben alle Afterburner. Oh, da müssen wir B-Death machen. Hast du den, hast du den Nature-Sit? Äh, ja. Das heißt, wie schnell da mit Afterburner bist du? Rutschjumpst, rutschjump. Das fühlt sich immer wieder neu auf. Mega krass, alter. Ja, deswegen hab ich das in meinen MPs auch drin. Ja, wir sind wild. 2 Twins, 2 Twins, eine Brücke, eine Brücke. Eine Brücke, Brücke habe ich, Brücke down. Eine Twins noch, ne? 2 Twins, noch eine Twins, eine Brücke, eine Brücke. Damit wir planten können. Hinter mir, Bunker, letzter. Der ist ruhig. Der ist Bunker drinnen. Ich plant die Richtung deren Haus, ja. 3 gegen 1, ne? 3 gegen 1, der letzte war Bunker. Kommt mit Haus. Nicht suchen, Jungs. Der kommt bitte durch, der kommt bitte durch. Ja, Mitte Bunker. Du machst das da. Mach du unten, nicht mach hinten rum. Oben. Oben drinnen. Sauber. Schön. Lass jetzt Death machen, Christopher, mit M8. Okay. Bist du oben, oder willst du an die Bombe? Wie fern oben? Ja, oben im Haus hier. So, ich will unten sein. Okay. Ich versuche mal direkt zu hinterlaufen bei, äh, ne? Dings. Okay. Okay. Ich glaube auch, dass die wieder auf B gehen, das hat so geklappt eben. Ja, jetzt haben wir beide Nades, ich hab mit Samshake so nen Trophy. So, wer scheiße braucht eine Nades, da kann ich die ja gar nicht nehmen hier. Du hast doch nen Sniper aufgerücken, wo du brauchst denn jetzt nen Sniper? Du gehst nicht vorder. Du gehst nicht vorder. Eine Bunker. Jetzt Sniper. Du jetzt. Ja, ich muss noch eine Bombe, ich darf nicht. Oh, wir haben einen. Geht Ellie, 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 Ellie. Mach du Ellie, Kero. Ja, der ist drin, der ist durch Ellie. Der ist Mitte, der ist Mitte. Der ist Mitte. One, zwei, eine Bombe. Das war der. Einer nicht. Einer ist unser Fenster. Und Fenster letzter. Ist der drinnen oder was? Könnte sein. Her, oben, geht raus. Hab ich stark. Nein, ich bin stark. Er snipet, was? Er läuft zurück und aimt gleich nach hinten. Äh, Dings ab, Alter. Eint hab ich nicht gerechnet. Ich hab den einmal geredet mit dem Bunker, ne? Also, der war nicht weak. Ja, wahrscheinlich hat er sich deswegen kurz zurückgezogen. Wird vielleicht noch länger abwarten müssen. Egal. Gut gemacht, Jungs. Bargo? Oder bei der B? Äh, B, oder? Wie hat er? Funktioniert gerade. Dann gehen wir B. Wir hatten gerade zwei Twins, ne? Ja, ja. Pass auf, dass die nicht irgendwann mal einer pusht, ne? Ja, der hat er eben gerade schon gemacht. Eine Brücke, Brücke, Brücke. Durch bei euch. Brücke durch. Ne, ne, da chillt ein, der ist erst. Die müsst ihr erst erst ziehen. Einmal angegriffen. Da musst du immer hängucken. Ah, Mann. Wenn der Cleo das ansagt, musst du immer hängucken. Bunker durch, ne? Der ist Bunker durch. Ich hab ihn nicht gesehen, ich hab da kurz hingeguckt. Noch drei übrig. Ganz ungünstig. Einer wird im Haus sein, unten. Dahinter im Haus. Da müssen wir pushen oder so, Alter. Gehen wir's durch, auf A, der ne besser. Kein gesehen hier. Bist du gerade so komisch gerollt? Jaja, ich bin, ich hab keinen Totenstelle. Sind sie, ich kann. Noch drei im Leben, ey. Wir müssen danken, aber. Komm auf A. Drei Stück. Ich bin vollfleisch. Nein. Ist einer oben drauf. Der Typ. Jedes Mal dieser Typ, alter. Der andere hätte ich gecountert. Ja. Der Typ, jedes Mal dieser Typ, alter. Er kriegt Sturzschaden. Ja, aber es ist jedes Mal dieser Typ, alter. Er kriegt Sturzschaden. Und ist danach wieder in full health, alter. Schmerzt sein, Leute. Weiter geht's. Komm, vier Runden noch. Ne, ich bin nicht mad, aber den krieg ich jedes Mal. Jeden gunfight gegen den muss ich aus der Hüfte machen, alter. Jeden. Das nervt, alter. Du hast gesehen. Bunker. Bunker, wieder eine. Ja. Keine Ahnung, wo der hin ist. Einheitsbrücke. Ich bin einfach auf der Bombe. Ich hab noch ein Auto, wenn ich B vorfahren soll, da. Bunker. 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 Sondergefallen. Einer ist Alley. Also dahinter so hochgesprungen. Nice. Sack war richtig. Wieder Bunker. Bunker, Bunker, Bunker. Der Sniper. Bunker, Wick. Bunker vorne aber im Raum. Ja, ich hinterlaufe nicht. Das wird sonst bisschen wieder. Naja, mach nicht. Bombe ist down. Bombe ist down hier unten. Was ist der Alley? Alley ist angeltet. Nein, Alley gibt noch. Alley ist angeltet. Bombe ist down im B-Haus. So. Ja, okay. Der war Bunker, der letzte. Immer noch Bunker. Ah. Ist er aus, glaub ich. Ich hab Alley. Kommt. Wie kann er mich da denn ziehen? Der ist raus, der ist raus, der ist raus. Zur Mittelklierung, zu dir. Ja, ich hab Alley. So. Okay. Das ist einfach... Ich war unterm Bunker und der springt ja hoch und kann mich verwechseln halt mal da. Blättern ist was. Unlogisch. Also ich würd'n Argo vorschlagen jetzt. Ich auch. Aber ich mach keinen Wall-1. Oder soll ich Wall-1 machen? Ich weiß es nicht. Ne Wall-1, das ist... Wall-1, das ist... Wall-1 ist... Das müsste so, äh... gemacht werden, dass dann, wenn du ein Nate kommst, wenn du grad da unten runterläufst. Aber schwer zu machen. Mach ich keinen Wall-1. Ja. Ja. Du darfst einfach meine Nate und meine Stun und dann gucken wir mal. Ja. Der ist... Oh... Ver-aimt, Alter. Fuck. Der ist eigentlich im Fortpaz, oder? Ja. Wall-1 hätte ich ihn holen können. Okay. Nice. Geht jetzt vor. Geht jetzt vor. Oh. War das der einzigste dort? Ja. Zieh mich hier vor. Da kam ein Nate. Hier auf Bombset. Ach Mann. Jungs. Ich hab... Rechts. Rechts. Ja. Letzter. Ich muss die Bombe clearen. Da reingucken. Rechts. Ja, rechts von dem Haus da. Oh, lol. Den noch gekriegt hast, weiß ich auch nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht irgendwie an der Bombe da oben langlaufen und dann noch irgendwie gucken, dass da keiner kommt. Ja, Zieh mich halt nicht eingegucken müssen. Dann war's... Sekunde zu spät. Sekunde zu spät. Ein Glück hat er durchs Blech geschossen, ey. Der hat auch nicht geschossen. Alter, ein Glück hat er einen Aim-Pail gehabt. Ja, der hat ja 45 getroffen da, aber nur durchs Blech da. Die ganze Zeit. Uiuiuiui. Komm schon los. Ich hab Overdrive hier direkt Bunker. Guck ich endlich. Oh. Pass auf, dass die nicht A kommen jetzt. Keiner. Zwei auf Brücke. Zwei auf Brücke. Zwei auf Brücke. Ja, die sind durch dann. Ja. Bunker. Bunkers Bunker frei. Ähm. Bunker war eben frei. Bunker. Bunker. Bunker, Bunker. Bunker bin ich jetzt nicht mehr, sorry. Einer von uns oben drin. war bei uns oben drin einer. Ja, ich bin beim Mamut, ne? Ich bin geflascht. Ich brauche Hilfe. Komm. Ja, er hat mich weit von Brücke. Letzter bei Bombe oder so. Komm Brücke. Ja, ist hinten drin, einer muss nicht schießen. Ich bin Brücke, ich bin Brücke. Nice. Sauber, Alter. Aber die Heatwave hat er verschwendet, ey. Ja, ja. Aber war gut. Bombe blockt die Heatwave so krass. Ey, M-Pack, ne? Das ist schön wohl, Mann. Alter, wie die Heatwave einfach nicht durchkommt, da. Nice. Ah ja, einfach ein B-Go jetzt. Ich kann jetzt Brücke pushen, ich hab Overdrive. Okay, dann machen wir einen harten Push da. Ja. Timmy, ich geh Fenster. Geh du doch hin zum Baumbrimmen. Jugi ist Fenster, wo geh ich hin? Zur Bombe mit N-Tags, damit N-Tags er planten kann. Jugi. Noch einmal überrennen die Typen da jetzt. Der ist schon oben drin, Bunke. Oh nein, da, ähm. Fenster, Fenster, Fenster. Hinter euch auch schon, ne? One Shot. Wir müssen durch. Ja, pass auf, da ist auf jeden Fall einer. Noch einer oben, oben, noch einer. Oben ist weg. Zwei Hinterläufer, drei übrig. Oben, oben, oben und unten auch noch. Der eine ist rausgegangen. Ja. Der hat lieber jetzt, dass ich die nächste Runde zu dritt spielen möchte. Ja, das da war doch gar nicht, oder? Doch. Ich hab'n Auto. Also offensiv, guache Christopher. Ja, alter. Der Block. Er ist nicht mehr drin. Doch. Eine Ellie. Die posten nicht, die posten nicht, die posten nicht. Ja, die werden warten, bis der reinkommt. Eine Ellie noch. Aber jetzt, ich glaub' jetzt kann er eh nicht mehr joinen. Ja, jetzt noch drin, jetzt noch drin, jetzt noch reinkommen. Bombe ist daumenbrücke, Bombe ist daumenbrücke, einer ist im Wasser. Stuttwasser. Hinten im Spawn, ganz hinten im Spawn. Und halt Wasser, oder, ne? Im roten Auto. Bombe ist daumenbrücke. Wasser, krack. Loool. Loool, loool, loool. Hat eben gar nichts gebracht, dass wir da ingedründet sind. Lol, ja ok, die machte den Lobby zu. Ich hab' so einen coolen Krill gemacht, ne? Ich hab' den gar nicht mehr gesehen, ich hab' den angesploit' und bin hochgesprungen und hab' den einfach irgendwie ins Wasser gesploitet und dann noch gezogen. Loool. Outro